heute gibt es mal was um zu zeigen so ein kleines dreht so eine trainingseinheit ich habe jahre mit diesen hühnern jetzt hier trainiert quatsch zehn minuten oder 15 minuten waren es um sie ein bisschen handzahmer zu machen um so ein bisschen die verbindung anfassen nähe einfach mal ein bisschen zu zu forcieren und zu trainieren dazu gibt es heute nudeln aufgepasst sie warten hier schon alle da kommt mal her komm 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 hallo hallo silber und runter silber und runter und da prima so der nächste und runter beide runter runter also das nicht so viel und runter alles voller nudeln hopp hopp silber und runter bei eagle one und runter und runter prima komm 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 so hier kriegt ihr auch mal ein bisschen was aber ragnar 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 dass der einfach auch auf seinen namen hört hier und silber und runter 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 du hast gekriegt prima die gewonnen die gewonnen die gewonnen die gewonnen hi jahre höher ich komme langsam durcheinander alter schwede ja was ist los hier? So, mal ein bisschen entspannter reinbringen. So, für die, die nicht hüpfen. Wagner. Gut. Komm her, Veronika. Ah, Eagle One. Hier. Und wieder runter. Wieder runter. Runter. Oder auf dem Arm. Prima. Prima. Dafür gibt es auch hier Full House. Prima. Und runter. So, Silva. Du bist verfressen. Komm. Hepp. Hepp. Komm. Komm. Na komm. Na komm. Komm. Auf dem Arm. Komm. Eagle One. Eagle One. Komm. Na komm. Hopp. Komm. Komm. Hopp. Prima. Bingo. Bingo. Ich habe einen Adler. So, wieder runter. Komm. Runter. Katja. Katja. So, fein. Ganz schön anstrengend. Muss man echt aufpassen, dass man auch die richtigen Namen immer findet. Also, hopp. Wäre schön, den Namen zu forcieren, runter wieder zu gehen und natürlich dann die Nähe irgendwie zuzulassen. Dass die halt Nähe, weil es waren einige jetzt dabei, die lassen sich nicht anfassen. Ragnar, den Hahn, kriege ich nicht dazu, dass ich ihn erstmal so jetzt anfasse. Hopp. 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 Fein. Die Gewanne ist echt cool. Ja, und du auch. Du bist ja hier ganz neu. Das ist Eagle Two. Hopp. Fein. Hier, Bingo. Bingo. Und runter. Super. Aber Ragnar hört schon mal auf seinen Namen. Dann weiß er, das ist seins. Ragnar, weil die Mädels fressen, ist ihm einfach auch scheiße schnell weg. So. Bingo hier nochmal für meine kleine Eagle One. Das ist ein echter Adler. Mit der werde ich demnächst durch die Straßen von meinem Dörfchen fahren. Ne? Guck, 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 guck. Hier, komm nochmal. Ah ja. Und Silver. Komm hier. Silver. Und runter. Silver runter. Die will nicht hier. So. Ich wünsche euch was. Macht euch viel Spaß mit euren Hühnern. Na, was denn? Und Hähnen. Und Hähnen. Hähnen und Hühner. Und Hähne. So. Viel Spaß. Ich finde das ziemlich cool. Ciao. So, jetzt. Achtung. Hau. Ruck. Hui. Ciao. Nooo. Willst du? Söld? So, jetzt. ingo. Vielen Dank.